Ja, ich bin raus, bleib drin, das war assig, also tja. Das ist ein Insider, wir wissen nur ein paar, was das ist und woher das kommt. Ja, okay, ist das inzwischen abgelaufen? Da steht, ich darf das nicht trinken, wenn ich fett bin. Wenn du was Wichtiges zu tun hast, jetzt kein Witz, bei dem Video hier, da kommt nichts Wichtiges bei rum. Das ist einfach nur Gelaber, wenn du jetzt gerade Bock drauf hast, mach dir ein Bier auf und hör mir ein bisschen zu. Und dann sagst du mir mal bitte deine Meinung. Es geht um die Bang-Regel, wie du ja sicher schon im Titel gesehen hast. Und da wollte ich schon ewig, ewig lange mal ein Video zu machen, weil es da einfach, da kann man richtig gut drüber reden. Es ist nur schwer, sehr schwer zu einem Ergebnis zu kommen am Ende auch. Ich habe mir ein paar Sachen ausgedruckt, die ich im Internet gefunden habe. Verschiedene Meinungen von verschiedenen Leuten. Ich selber weiß gar nicht, welcher Meinung ich bin. Ob ich lieber auf einem Feld spiele ohne Bang-Regel oder ob ich lieber auf einem Spiel mit Bang-Regel. Das kommt auch immer darauf an, mit was für Leuten du spielst. Aber es ist leider auch traurig. Folgendes ist sehr paradox, aber es stimmt. Die Bang-Regel wird auf den Feldern am besten angewendet, wo es keine Bang-Regel gibt. Und damit meine ich nicht, ich mag sie nicht, sie sollte weg. Sondern damit meine ich, dass die Felder, die keine Bang-Regel haben, wenn du dich da von hinten an jemanden ranschleißt, mit der Waffe im Anschlag, mit der Pistole am Anschlag und ihm antippst, dann sagen alle, wow, ich bin raus, danke, dass du nicht geschossen hast. Und das ist der Sinn der Bang-Regel eigentlich. Ein klarer Schuss, bei dem es keine Möglichkeit gibt, vorbeizuschießen. Waffe vollgeladen, Kugeln drin, Magazin drin und Gegner und Finger im Abzug. Das ist es einfach nur. Wenn es einfach nur ist, das muss jetzt nicht sein, dem muss ich jetzt keine überbraten. Dafür ist die Bang-Regel da. Okay, aber ich habe trotzdem schon total oft Folgendes gehört. Ja, ich habe mein Magazin verloren, aber dann habe ich noch 5 rausgebangt. Oder ich hatte keine Kugeln, kein Gas, kein Akku oder ein Gear-Jam, irgendwas und dann, ja, aber ich konnte dann noch 10 Leute rausbangen. Darum geht es nicht. Das Bang ersetzt nur den Zeigefinger. Wenn du keine Kugel drin hast, wenn du kein Gas hast, kein Akku oder wenn du ein Gear-Jam hast, dann kannst du das alles nicht. Was auch noch wichtig ist, die Mindestabstände. Wenn du mit einem Gewehr einen Mindestabstand von 15 Meter hast, weil du 2 Joule hast, bei einer SAG, lass dich jetzt mal dahingestellt, dazu sage ich jetzt gar nichts, dann kann ich auf die Entfernung nicht bangen. Ja? Das versuchen viele. Ja, ich darf nicht mehr schießen, also muss ich ja bangen. Auf 15 Meter. Das geht nicht. Du musst eine Backup dabei haben, mit der du auf 5 Meter ran kannst und ab da dann bangen. Und wenn du keine Backups dabei hast, das sagen viele, ja, aber ich habe ja keinen, was soll ich denn jetzt machen? Dann hast du Pech. Auf den meisten Spielfernern ist eine Backup Pflicht. Da kannst du nichts machen, ganz einfach. Außer 10 Meter nach hinten rennen und dann schießen. Okay. Ähm, ich fange jetzt hier einfach mal an, bevor sich das unnötig in die Länge zieht. Ach, wisst ihr was? Das zieht sich eh in die Länge. Macht's euch bequem. Ach. Komm, wir labern jetzt hier ein bisschen. Hm. Boah, Junge, die Tschechen wissen es einfach. Okay. Genau. Ne sehr, sehr schöner Post. Wie gesagt, die Sachen sind aus dem ASVZ. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Ähm, aber sie treffen das Thema schon sehr passend. Zum Beispiel. Das Problem ist auch, dass manche einfach zu dumm zum Bangen sind. Die stellen sich ohne Waffe in der Hand vor den Bunker, rufen einmal laut Bang und erwarten, dass alle gehittet rauspurzeln. Das ist ein bisschen lustig geschrieben, finde ich auch. Und, ähm, auch ein bisschen übertrieben geschrieben. Aber man versteht sehr genau, was der Mensch meint. Ich selber hatte auf meinem ersten Spiel folgende Situation. Ich schleiche mich in einem Seitengang an die Gegner ran. Aber dann bleibe ich an einem Schrank hängen und mache ein Geräusch, während ich in dem Raum bin, der exakt vor den Gegnern ist. Die Gegner gucken in die andere Richtung, sind aber vor dem Raum und die drehen sich um. Das habe ich am Schatten gesehen. Und einer geht zur Tür hin, das habe ich auch am Schatten gesehen. Ich gehe also schnell in die Ecke und warte, dass er durch die Tür kommt. Aber er ging gar nicht in den Raum rein. Sondern er hat die Mündung seiner Waffe hat so weit in den Raum reingeguckt und er hat einmal laut Bang gerufen. Dann drei Sekunden gewartet. Ne Jungs, da ist keiner drin. Und er hat sich wieder umgedreht. Dann bin ich hinterher geschlichen und habe die abgeschossen. Und dann, ey Moment mal, wenn du in dem Raum da gerade drin warst, dann bist du Hit. Wenn du schon gar nicht weißt, ob da einer drin war, dann kannst du den gar nicht bangen. Machen wir direkt weiter. Hier, genau das, was ich gerade sagte. Ein Bang soll einen Schuss ersetzen, der ein sicherer Treffer wäre, bei dem man aber aufgrund der kurzen Distanz nicht schießen möchte. Und da gibt es auch schon das Problem, wenn man sich Angesicht zu Angesicht gegenübersteht, ist Bang schon irgendwie nicht mehr ganz praktisch. Wirklich, wenn man schon auf drei Meter so gerade um die Ecke da und beide gucken in die Richtung, dann ist es meistens so, beide schreien Bang, 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 Bang. Und am Ende gehen entweder beide raus oder einer geht raus und fühlt sich aber verarscht dabei. Weil, hier ist eine schöne Sache, jemand hat geschrieben, bei ihm ist das so, es gibt die Kann-Bang-Regel. Das bedeutet, dass das Bang existiert, man darf es machen, aber es ist keine Pflicht, das zu akzeptieren. Wenn du dich von hinten an jemanden ranschleichst und du bangst den, anstatt den abzuschießen. Ja, ich gleich mich von hinten ran und bange. Nein, 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 okay, serious business. Wenn du dich von hinten an jemanden ranschleichst und du sagst dem, ey du, pst, geh mal raus. Dann sagt der, okay, danke schön, dass du nicht geschossen hast. Wenn du aber so um die Tür drum gehst und da ist einer, der zielt exakt auf diese Tür, weil er dich erwartet hat und du schreist einfach nur bang, während du grob deine Waffe hochreißt und auch wieder zurück hinter die Ecke stolperst, wo du gerade hergekommen bist. So, so, bang! Das sind Situationen, wo das Bang einfach nur eine... Das Bang ist einfach nur, ich kann nicht schnell genug zielen, ich schrei mal grob in die Richtung, während ich die Waffe hochreiße und dann renne ich gleichzeitig nach hinten. Da ist das Bang schon wieder schade, wenn dann der Gegner, der sich da extra verbarrikadiert hat, richtig schön hinter Deckung und genau auf dich zielt, wenn der wusste, dass du kommst, den hättest du nie getroffen, wenn keine Bang-Regel da gewesen wäre. Hier noch was Wichtiges, was gegen die Bang-Regel spricht. Gerade in Deutschland, wo eigentlich nur Semi gespielt wird, finde ich die Bang-Regel nicht zwingend notwendig. Ja, das finde ich ist wirklich tatsächlich ein gutes Argument, dass wir in Deutschland mit einem Joule kein Full-Auto in die Fresse kriegen können. Das ist schon mal geil. Ein einzelner Schuss genau ins Gesicht auf einen Meter ist auch nicht schön, aber besser als 20. Also deswegen spricht das schon mal gut dafür, dass wir in Deutschland beispielsweise ohne Bang-Regel arbeiten könnten. Hier hat noch jemand folgendes geschrieben, ein Vorteil, wenn man keine Bang-Regel hat. Wenn ich in einen Raum komme, in dem drei Gegner sind und die unachtsam sind, habe ich die mit der Pistole besser raus als mit der Bang-Regel. Würde man in der Situation dreimal Bang rufen, würde man seine Position auch an die anderen Räume in der Nähe verraten. Und der dritte Gegner könnte noch reagieren. Dann Diskussionen könnten auftreten. Und da sind drei gezielte Schüsse auf den Carrier, also Plate-Carrier seine Weste, auf den Carrier deutlich schneller und jeder weiß, was gemeint ist und es gibt keine Diskussion. Und da hat er recht. Das habe ich tatsächlich auch schon gehabt, als ich auf einem Spielfeld gespielt habe, wo es keine Bang-Regel gab. Mit einer TM, GBB hast du dreimal schneller geschossen, als wenn du eine Bang sagst. Das ist wirklich dann einfach nur, hey, ich musste jetzt natürlich nicht noch gleichzeitig bewegen, aber das dauert auch nicht viel länger. Jetzt! Das war sauber. Also ich habe es tatsächlich selber schon geschafft. Und damit möchte ich nicht sagen, hey, guck mal, was für ein krasser Typ ich bin, ich habe ganz viele Leute weggehauen. Sondern damit meine ich einfach nur, ich habe es geschafft, ich habe auch gesehen, wie andere es geschafft haben, wenn du hinter mehreren Gegnern bist. Und die unterhalten sich halt auch über ihr Wochenende oder so, weil das vielleicht irgendwelche Kollegen sind, die sich da am Wochenende treffen und viel zu erzählen haben. Die kriegst du. Das funktioniert. Du kriegst auch vier, fünf Leute, wenn die nicht aufpassen. Ohne Bang-Regel. Mit Bang ist es immer zweimal oder dreimal und dann gehst du selber mit raus. Ich hatte dich gerade gebangt, gerade unabgeschossen. Achso, schön auf dem Plattenträger, sauber. Ja, gerne. Ich dachte, wir nehmen uns hin. Gerne! Da renne ich lieber fünf Meter nach hinten und schieße dann, muss ich sagen. Mit der Gasblowweg wohlgemerkt. TM 0,8 Joule. Ah, ja, noch was gegen die Bang-Regel. Ein weiterer Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist, dass die Bang-Regel unmögliche Abschüsse ermöglicht. Ich habe schon oft gesehen, dass jemand mit einem Repetierer, also immer wieder nachladen, oder einen 40mm Granatwerfer, ohne Trommel, also ein Schuss, oder Federdruckpistole mehrere Leute hintereinander gebangt hat. So zwei bis drei Leute in einer Sekunde. Naja, okay, das ist natürlich auch wieder so eine Sache, ne? Oh ja, und ich habe noch eine Story für euch. Die ist mir auf Weeze passiert. Ich habe gemerkt, inzwischen darf man in Weeze in Häusern wohl, man muss nicht mehr bangen. Es gab auf jeden Fall mal die Regel, dass du zwei oder drei Mann nur rausholen kannst und danach bist du selber mit raus. Und ich hatte die Situation in Weeze, das hatte ich auch auf Video, aber ich habe das gelöscht und ich habe direkt weggetan, weil ich war super sauer. Wegen dieser Situation echt sauer. Ich werde bei Airsoft unglaublich selten, dass ich mir da die Laune verderben, aber das war extrem. Und zwar war das so, da war ein Team, so sechs Operator, sonst wie eingepackt, total cool sahen die aus, muss man sagen. Und ich war an die herangeschlichen und da war so ein halb durchsichtiger Zaun, also mit so ganz dünnen Schlitzen immer. Und ich habe davor gekauert, umgeben von noch Büschen im Dorngebüsch war ich tatsächlich. Und die haben sich erst mal eine Weile besprochen und ich saß da wirklich fünf Minuten lang, habe mich nicht bewegt, kaum gewagt zu atmen, weil ich konnte da so halb durchgucken. Und wenn einer von denen in meine Richtung geguckt hätte, der hätte mich gesehen. Aber ich hatte Glück, die haben mich nicht gesehen und hier war dieser Zaun und die Leute sind dann hier durchgekommen. Und ich saß hier. Die sind dann hier durch und die sind so gelaufen, ohne dass ich mich bewegen musste, dass ich exakt hinter diesen Leuten war. Aber ich war immer noch, ich hatte so ein Halbgelie an, ich war immer noch ein bisschen versteckt, habe dann so gesagt, bang, 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 bang. Und nach viermal bang, laut und deutlich bang, wusste der fünfte, der noch recht weit weg war von mir, immer noch nicht, wo ich bin. Hat sich umgeguckt und den fünften habe ich dann auch noch abgeschossen, weil der war weit genug weg. Und am Endeffekt habe ich den Fehler gemacht. Ich war dumm und habe das Regelwerk nicht vorher gut genug gelesen. Und das war mein Fehler, ganz ehrlich, meiner. In der Situation war ich dann aber einfach sauer, weil der hat sich dann umgedreht, so der erste mich so angegrinst. Ja, nein, hier ist nicht bang mit mehreren Menschen. Und, boah, das ganze Zeit mit dem bang, dass wir uns gegenseitig bangen, ey, das hört sich irgendwie voll komisch an. Nee, also er hat sich halt umgedreht und gesagt, ja, nee, das geht so nicht. Was auch stimmt. Im Endeffekt habe ich dann gesagt, boah, komm, ja, weißt du was, lass gut sein. Ich bin weggegangen und ich glaube, von denen ist keiner rausgegangen. Auch nicht die ersten drei oder zwei. Aber das weiß ich nicht mehr genau. Wie gesagt, ich war echt stinksauer. Ich bin hier einfach nur weggegangen. Ich muss mich erst mal abregen. Gut. Aber wir sind ja immer noch nicht fertig. Dann haben wir noch mehr. Hier steht zum Beispiel noch was. Und das ist auch eine gute Beschreibung einer Problematik bei der Bang-Regel. Und zwar, gerade beim Bangen kommt es oft immer wieder zu sinnfreien Diskussionen. Vor allem, wenn in Situationen einfach mal pauschal gebankt wird. Weil es kostet ja auch keine Munition, ne. Einfach, oh, Raum, bang. Ist da jemand drin gewesen? Nicht? Okay, nächster Raum. Bang. Niemand? Ah, okay. Das ist auch, naja. Ähm, ja, äh, pauschal gebankt wird. Wenn ein Treffer nahezu ausgeschlossen ist. Zum Beispiel beim Vorbeirennen an Türen. Oder wenn man nur den Ellbogen sieht. Das ist auch was, wo man ohne Bang-Regel echt, okay, da muss ich jetzt genau treffen. Wenn man nur den Ellbogen sieht oder wenn man sich plötzlich in einem Flur gegenübersteht. Ja, besonders das mit dem Ellbogen so. Oder wenn man kurz nur an der Tür vorbei rennt. Und der da drin ist, schreit dann halt auch einfach bang. Und du weißt nicht, hätte der jetzt überhaupt getroffen und war der überhaupt, hat der überhaupt in die Richtung gezielt. Wenn du da wirklich nur so eine halbe Sekunde zu sehen bist. Aber wenn der Bang schreit, dann ist man raus. Dann ist man raus. Weil es war bang und bang ist eine Shotgun in diese Richtung grob. Zack, alles weg. Leider. Wisst ihr was? Ich wollte neutral bleiben. Ganz ehrlich, auf Spielfeldern ohne Bang-Regel spiele ich persönlich lieber. Was aber ganz wichtig ist. Wenn ich auf einem Spielfeld spiele, wo es eine Bang-Regel gibt, dann gibt es da gar keine Diskussion. Natürlich werde ich mich an diese Regel halten. Das ist auch noch eine Problematik. Leute, die kein Bang mögen, teilweise, die gehen trotzdem auf Spielfelder, wo Bang Pflicht ist. Und die regen sich dann auf. Das geht gar nicht. Geht gar nicht. Nein. Nein, gar nicht erst Anfang. Nein. Nein. Du gehst auf dieses Spielfeld, kennst die Regeln vorher und dann ist es ganz klar, dass du dich an alle Regeln da erhältst. Habe ich auch erlebt. Oh mein Gott, das wird ein langes Video. Habe ich auch noch Zeit? Das habe ich auch erlebt auf einem sehr alten Spielfeld. Ich weiß nicht. Das kennen wahrscheinlich von euch gar nicht mehr so viele. Die Ken School. Das war das erste Spielfeld. Mein erstes Spiel, auf das ich selber gefahren bin, kurz nachdem ich meinen Führerschein hatte, mit dem Auto von meinem Bruder. Ja. Das war echt, äh, ein schönes Gelände war das. Muss man sagen. So. Es gab Tunnel. Aber darum geht es nicht. Auf jeden Fall war das da so. Da kam dann jemand hin und hat gesagt, okay, passt auf, die Bang-Regel, die ist voll scheiße. Machen wir das so. Auf, äh, fünf Meter nehmen wir nur noch die Back-Up und auf zwei Meter nur noch Gummimesser. Und wenn wir das nicht so machen, dann gehen ich und mein Team jetzt wieder. Die Sachen, die er vorgeschlagen hat, sind meiner Meinung nach ganz okay. So habe ich schon gespielt. Ohne Gummimesser wohlgemerkt. Mit Handauflegen stattdessen. So habe ich schon gespielt. Aber, ähm, das kannst du nicht machen, dass du einfach irgendwo hingehst, den Leuten erzählst, ey, eure Regeln, die ihr aufgestellt habt und die ich vorher wusste, bevor ich hier hingekommen bin, die finde ich nicht gut. Lass das mal so machen, wie ich das will. Aber auf Sehill, auf Sehill haben die das sehr schön geregelt, finde ich. Zwei Armlängen Abstand. Das ist okay. Das ist super. Weil wenn du hinter einer Gruppe von Leuten stehst und du siehst, oh, das sind hier ganz schön viele, dann gehst du wirklich zwei Schritte zurück und fängst an zu schießen. Und wenn du Glück hast, schaffst du es. Mit der Back-Up wohlgemerkt. Und tatsächlich hatte ich die Situation einmal, ich bin dann gerade eine Treppe hoch mit der Pistole, schieße ich einen auf den Plate-Carrier und er regt sich auf. Ey, du kannst doch nicht einfach schießen. Und dann will er weggehen zum Respawn, halt mit rauchendem Kopf, sich aufregen. Und ich so alt warte, bleib doch mal kurz stehen. Dann habe ich meine Hand ausgestreckt und er hat seine Hand ausgestreckt und wir hatten tatsächlich noch so ein Stückchen dazwischen. Dann habe ich gesagt, okay, weißt du was, auf die Entfernung hätte ich vielleicht echt nicht schießen müssen. Und er hat aber gesagt, nein, weißt du was, du hast recht, das sind hier zwei Armlängen und das haben wir halt nun mal gerade nicht hier. Und so hatten wir beide dann, war voll okay. Und es gab keiner, der hat sich dann auch nicht verarscht gefühlt, so von wegen zu weit gebankt oder abgeschossen, obwohl ich hätte bangen sollen. Zwei Armlängen, das kannst du super überprüfen, sofort. Jeder hat zwei Arme. Entschuldigung an alle Invaliden. Die Bang-Regel ist Spielbehinderung und eine Möglichkeit, fehlendes Reaktionsvermögen und Treffsicherheit auszugleichen. Wir spielen bei uns seit Ewigkeiten mit dem Gentleman's Bang. Wird jemand von hinten überrascht, kann dieser auf kurze Distanz und bei klarer Schussmöglichkeit mit der Backup gebankt werden. Ansonsten, wenn es nah rangeht, wird unter 10 Meter mit der Backup geschossen. Wer keine Backup hat, darf nicht schießen und somit hat er Pech. Genau. Bangen bei Mindestabstand. Wie gesagt, es gibt Leute, die haben einen Mindestabstand von 20 Metern, weil die unbedingt mit einer 2 Joule SAEG rumlaufen wollen. Und dann bangen die aber auf 15 Meter. Und die sehen sich dann im Recht, weil die können ja nicht mehr schießen. Aber folgendes, bangen kannst du nur, das ist ja bekannt, bangen kannst du nur, wenn du auch schießen könntest. Und wenn du mit deiner 2 Joule Waffe 20 Meter Sicherheitsabstand hast, dann kannst du auf 15 Meter nicht mehr schießen. Du kannst nicht bangen. Und wenn da steht 5 Meter bangen ab 5 Meter, dann hast du in der Zone zwischen 20 und 5 Meter keine Waffe, wenn du keine Backup hast, mit der du einen Gegner rausholen kannst. Bangen kannst du nur, wenn du den Gegner auch abschießen könntest. Du machst es nur nicht, weil du nett bist. Und auf 15 oder 10 Meter kannst du den Gegner nicht abschießen mit deiner 2 Joule Waffe, weil der Mindestabstand, auf den du dich eingelassen hast, 20 Meter sind. Bei 2 Joule. Ach ja. Das ist wirklich, das ist eine Sache, da sind viele der Meinung, okay, ich darf auf 19 Meter bangen, weil ich ja 20 Meter Sicherheitsabstand habe und darunter darf ich nicht mehr schießen, also muss ich bangen. Nein. Wenn ein Bang ab 5 Meter ist, du einen Sicherheitsabstand von 20 Meter hast, kannst du nicht bangen. Außer du rennst 5 Meter ran. Also auf 5 Meter. Jetzt haben wir ganz schön viel gegen die Bang-Regel gesagt. Ich wollte das eigentlich gar nicht so einseitig gestalten, das Video. Ich muss aber auch einfach zugeben, ich spiele tatsächlich lieber auf Spielfeldern, wo das bangen optional ist. Aber das kommt auch wirklich immer auf die Spieler an, sowas. Wie gesagt, bis jetzt bin ich persönlich der Meinung, ohne Bang-Regel würde auch ganz gut funktionieren. Backup-Pflicht. Weniger als 1 Joule oder 1 Joule, die Backup. Das hast du aber eigentlich so ziemlich auf jedem Spielfeld. Und mit der Pistole darfst du dann auch wirklich auf die kurze Entfernung schießen. Die hat dann keinen Sicherheitsabstand mehr. Das persönlich mag ich am liebsten. Und da gibt es wirklich am wenigsten Diskussionen. Und du kannst wirklich auch mehrere Leute rausholen, ohne selber getroffen zu werden, wenn du schnell genug bist. Jetzt noch eine kurze Story. Da hatte ich auch echt Wut, muss ich sagen. Das fand ich total blöd von den Menschen. Also, ich bin in The Hill im Keller. Und der ist recht dunkel. Und drei oder vier Gegner haben uns gesehen. Mich und noch einen Kollegen. Der Esel nennt sich immer zuerst. Einen Kollegen und mich, die wir uns da herangeschlichen haben. Die haben uns also gesehen. Schießen in die Richtung. Aber ich schaffe es durch Seitenräume tatsächlich bis an die ranzukommen. So, dass ich exakt vor der Tür stehe. In der Ecke, in der dunklen Ecke. Vor der Tür, wo die sind. Und einer von denen will nach vorne gehen, weil der glaubt, ich bin 30 Meter weiter hinten. Da, wo er mich zum ersten Mal noch gesehen hat. Und ich hatte diese Pistole hier in der Hand. Und ich hatte diese Pistole hier in der Hand. So. Und ich gehe so ran an ihn hinten und tippe ihn von hinten hier hinten gegen. Und er dreht sich um. Bang! Ha! Du hast nicht bang gesagt. Du hast nicht bang gesagt. Ich bin nicht raus. Du bist raus. Du hast nicht bang gesagt. Da war ich echt sauer. Aber das war mein Fehler. Auch im Nachhinein drüber nachgedacht. Nein, das war mein Fehler. Ich hätte bang sagen müssen. Es steht ganz klar im Regelwerk. Man soll bang rufen, wenn man bang möchte. Gott, das hört sich so scheiße an. Ich renne in den Club und schrei bang, weil ich will bangen. Okay. Naja, das habe ich nicht gemacht. Deswegen hatte er eigentlich recht. Warte. Ja, ey. Gefällt mir. Ne, gefällt mir gar nicht. Zeugend und so. Das war da keiner. B kenn ich die Verblüchplatte. Ja, schau mal vor. Guck mal, ob da keiner ist. Das ist so ein Zeug gemacht. Also hinter der Reife, ne? Ja, ja. Mit bächtig bütet gewesen. Bang! Ja, weil ich dachte, es ist okay, wenn ich das sage. Ja, nein. Batman Walking. Du musst Bank sagen oder sch... Du hast recht, du hast recht. Wusstet ihr jetzt alle nicht, was du nach vorne bist? Oh, nein. Alter, wo kommt der nicht jetzt weg? Nein, 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 nein. Batman, vorhin haben wir uns eins gesagt. Ey, guck mich an und mach... Ja. Ja, die meisten akzeptieren das dann einfach, weil sie froh sind, dass ich nicht geschossen habe. Die meisten sind schon zu Hause. Batman Walking. Ah, Mann, Alter. Ah, ja, da habe ich einen Fehler gemacht. Ich hätte einfach Bank sagen sollen. Ja, das war echt scheiße. Der war total happy, dass er mich gebankt hat. Und ich hatte mich wirklich von hinten an ihn reingeschlichen. Und ihn angetippt tatsächlich mit der Mündung der Waffe. Aber, naja. Tatsächlich hatte das auch an dem Tag schon zwei, dreimal funktioniert. Und die meisten Leute immer nur so... Oh, Hitz. Na ja, gut. Wie gesagt, ein eindeutiges Ergebnis möchte ich gar nicht sagen. Die Bang-Regel ist schon ganz praktisch, wenn du auf dem Feld spielst, wo vielleicht viele Anfänger sind, dass die sich nicht so verletzen. Aber das habe ich am Anfang vom Video ja auch gesagt. Es gibt hier kein eindeutiges Ergebnis. Es war einfach nur ein bisschen rumgelaber. Aber meine Gedanken und die Gedanken anderer Leute, die ich auch zum großen Teil gut nachvollziehen kann. Und ja, da würde ich jetzt gerne mal eure Meinung wissen. Die meisten Leute, die meinen Kanal angucken, die spielen ja ein bisschen Airsoft. Und wie seht ihr das? Die Bang-Regel ist nicht sinnlos. Es ist zur Sicherheit da. Es wird nur oft missbraucht. Die Bang-Regel. Wirklich. Boah ey. Missbrauch. Bangen. Das Video wird auch garantiert zensiert von YouTube. Nein, okay. Bleib sachlich, Muffin. Also sagt mal so in den Kommentaren eure Meinung zu der Bang-Regel. Es interessiert mich wirklich. Ich habe mir den im Forum, den Thread, 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 Thread. Ich habe mir den Post im Forum komplett durchgelesen mit allen Beiträgen. Über 100 Beiträgen. Habe ich mir alles durchgelesen. Ich finde das sehr interessant. Die Meinung von jedem Einzelnen. Die, die dafür sind. Die, die dagegen sind. Die so halbe, halbe machen. Mit Gentleman Bang. Oder zwei Meter. Zwei Armlängen anstatt fünf Meter Bang. Weil fünf Meter brauchst du wieder ein Maßband. Zwei Armlängen. Ja, das geht halt. Gut. Schreibt mir das in den Kommentare. Da kann ich nichts für. Ganz ehrlich. Vielen, vielen Dank noch an Mario Lopez und Jan D. Die beiden helfen mir auf Patreon. Weil ich im Moment habe ich nicht so viel Kohle. Im Moment helfen die mir da und das finde ich total nett von denen. Wenn mir eine GoPro zerschossen wird. Zum Beispiel. Oder irgendwas. Dann muss ich mich da nicht mehr ärgern. Großartig. Das finde ich. Ist schön. In Ordnung. Das Video hat sich jetzt ziemlich gezogen. Aber das habe ich am Anfang gesagt. Das hier ist kein Video, wo du dich mal action-bepackt irgendwie ablenken kannst. Sondern. Da haben wir ein bisschen gelabert. Kann man ja auch mal machen. Das war's von mir. Die Dose ist leer. Wunderschönen Tag noch. Muffin out. Muffin out. Aber das habe ich am Anfang. Ui. Ich habe jetzt rumgematscht. Ne. Auf Spielfeldern, wo es keinen Bang gibt. Habe ich wirklich die Erfahrung gemacht. Gab es. Haha. Scheiße. Wenn du echt einen hast. Test. Angenommen das ist so. Und du hast einen Mindestabstatt von 15. Stavnadil. Crap. Scheiße. Habe ich jetzt jemanden beleidigt? möchte ich Studenten spielen. Ja, trafan. acht aber nicht mehr manager vier. Bezieży siten ich schon zu Hause.